Ich heiße Dolea Fumba, bin 30, ich wohne in Marburg. Ich bin Promotionspediatin der Friedrich-Eber-Stiftung, promoviere im Fach Neue Geschichte an der Universität Marburg. Ich erwarte viel Austausch, ich freue mich auf die Workshop, vor allem die Workshop zum Klimawandel und Klimapolitik. Demokratie gestalten bedeutet für mich Selbstbestimmungsrecht des Volkes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!